ich komme mit control kann ich auch was anfangen ja ich weiß dass es steuerung ist bloß auf den dienst tastaturen auf den amerikanischen gleich haben wir es habe ich euch doch gesagt wo wäre wir die richtigen erst mal alle und nehmen schwere packen schweres gerät hierher box wie kommst du ich kann das war es vorbei ich verschlinkt nicht er frisst mich ich glaube wir kommen da nicht mehr hoch dass hier der zelle wurde springen siehst du ich halte schon abgerutscht in bewegte ein hinter aber er hat niemand verloren das war auch geschehen aber ich habe noch mit ich habe mich wirklich nicht die Freude machen so geile Geräusche dann ich bin der Einziger noch weil ich es auch wirklich geheilt ja Warte wir finden auch ein für dich hier liegen noch ein paar rum bei Stiebigen von Molotow zu tun die perfekten Heilung warte hier oben liegen zwei Stück rum ein mehr da er ja mehr Mitglied zu uns die Lieblingsgruppe heute wird Pro die Afro wir haben mehr Mitglied zu uns beide nicht besser hey alter dafür schläf ich da oben hin und ich mache aktiviert Funk links da sind schon aktive echt ok ich habe die Granatenwerfer also das kann nicht mit Schieflaufen ja viel Spaß 15 Minuten ja wir beide müssen uns bereit machen weiter die Gewerkschaft kommen schaden wir haben zu los bin hier unten mit den Viechern vor allem möchtest du einen schaden 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 hier 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 gewinnen er hier hier er auf verdammt Bro hier 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 Bitter! Bitter, der ist Bitter! Toll, jetzt war ich gerade im Stacheldraht drin gestanden. Lass mich hier nicht so liegen! Nein! 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 Aufhören weg! Oha! Ich bin gay! Nein! Ich bin raus! Oh! Geil! Ja, der Asuka, der Zähler hat sich geopfert! Wirklich Sache! So, seid ihr bereit? Das sollte fürs Erste reichen! Ich verarzt dich! Ich verarzt dich! Äh, Deja Vu! Ich bin raus! Oh, was ist das überlegen! Hey Pastor! Scheiße! Hilfe! So, schon, wir haben jetzt wieder alle drei Leben! Nein! Nein! Komm! Lass ihn liegen! Komm! Also, der Zähler lasse ich liegen! Ähm... Lass Luis! Lass Luis! Lass Luis am Boden! Wir müssen nicht drinnen verarbeiten! Wir müssen uns noch mal so erwischt! Stamm, Ziel vorab! Halt durch! Wir verarzt mich! So, als bin ich ein Kapi! Der Medikkel liegt da drauf! Ganz benutzt! Warte! Ja, ich hab aber noch eins! Der Lord! Hup! Hup! Das ist so witzig. Oh jeder hat wieder drei Leben. Jeder hat drei Leben. Sind und ist vielleicht tot. Hast du mich gerade gebeten? Ich habe jetzt nicht alle angezündet und mich selber, nein. Das kommt euch allen nur so vor. Super, toll. Also Foxy, es ist du, musst du den besseren Teil von mir spielen. Und nicht wie Asuka sterben. Nun wird Asuka gestorben. Das kam auf einmal Super-Mutanten, die mich dann einfach niedergeknüppelt haben und mich dann vom Haus geschlossen haben. Genau. Ich habe einen Granatwerfer. Ich kann ihn nicht gutheißen. Wir liegen Waffen rum. Geheimdruck! Ja, aktivier mal das. Ähm. Okay. Okay. Machst du einen Midi-Pack da? Gott. Let's go! Oh! Hilfe ist unterwegs! Lass uns noch ein bisschen Spaß haben! Okay. Sie sind tot. Doch ihre Verbündeten könnten noch entkommen. Oh shit! Ich wollte an den Minigun gehen, Alter. jetzt wo mein Erste! Okay, los! Tschüss! Ja! Ah! Sie sind tot, dass Sie wieder catchen! Was macht er? Sie sind tot, verraten Sie mit Ja. , was verraten Sie mit? Nein, das ist nicht tot. Flicko Fock, sie lenkt mal ab Nehmt das letzte Medikett Töne Fock, sie lenkt mal ab Töne, da ist das foxy Tschüss foxy Tschüss foxy gerade nach dennoch auf auf Waxi, soll ich dich retten oder nicht? rett ihn oh ja jetzt rettet ihn doch ja, jetzt kommt er zu Ende und das war's alles nur weil Asuka sich die Frage gestellt habe, ob ich... oh Asuka, mein... oh man dir mal töten wir, Louis nicht der darfst, ihr habt mich umgebracht gleich geschafft ihr habt mir gesagt, die Leben werden wie zettet komm in das Verbandszeug ich hab mich erkranken dreist angelogen wir haben dich nicht an die ich dachte wenn man normalerweise würde, haste dann eigentlich wieder drei Leben, aber... ja oder haste diesen... oder haben wir diesen Realistik-Mode oder so drin gehabt nein Normal-Mode Vorsicht Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach oh fuck euer Ernst euer Ernst euer Ernst hierher jetzt helfe ich doch, du scheiß Kackspast es sieht nicht schlimm aus es sieht nicht schlimm aus auf der Leiter in der Leiter keine Ahnung unter dir weg mich danke danke du hast was gut danke danke einmal free sex bei... mit... Zoe suchen wir das Funkgerät oh jetzt geht's los, jetzt müssen wir's schaffen was macht ihr denn? oh schon gut oh ich kann doch sie eintippen ach du scheiße dich hast du nicht erwischt du musst dringend versorgt werden oh sonst bist du beim nächsten Treffer erledigt nur warum sprachst einmal ich spring einmal Fall fast runter oh also zählert wo bist du ich hab Verbandsträger ich hab Verbandsträger ich hab' ich will ich will ich will ich will ich will wie er befindet ab Louis heilen will nicht und ich bin der fmpc der braucht zu warten ja Pipe Bombs Pipe Bombs What's your friend? Ey man fliegt die Granate runter WTF wo bin ich jetzt gelandet Hahahaha wir müssen nur 100% daran leben Hahahaha Louis helfe ich jetzt nicht der soll als äh Deathmatter Tank Pipe Hahahaha 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 Ich bin raus Ich bin raus nicht genug Ich bin raus Wann ist er Verdammt oh shit Oh, danke Zwillard. um wir haben eine reelle Chance dass wir schaffen die Mitglieder von der Bucke und gar keine mehr außerhalb von Klinik von Klinik von Klinik ob die Böckung Nein Ich muss grad nur so tot bist, damit ich ja eine Mittelkette haben kann, Alter. Komm schon Mädel, steh auf! Nein, Louis! TANK! Und er wirft rohes Fleisch! Okay, vielleicht überleg ich mir das nochmal, wegen so nem Tank. Ja, super, jetzt ist es vorbei! Okay, jetzt töt ich mich, okay. Nein! 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 Beweg mich zu deinem Stamm! Zu nein! Nee, möchtest du kommen? Noh! Hilfe! hatch'! nein! Hallo! Hallo ja Asuka reloaded anguckt in 10 minuten das waren erst 5 was? 2 ich bin auch fast tot, man ja, fast ha, die letzten Boxen im Stich das weiß der Monocent fuck, man ich schaff das nicht mehr außer ich hab jetzt ne Pipe oh so sie kommen das ist unmöglich das schaff Hilfe! Nein! oh wie schaff wie können wir das nur schaffen immer wieder wir sind verdammt dazu, Alter wir haben fast ne Stunde schon hoffe wir finden den Piloten wenn nicht, sterben wir wenigstens mit Blick über die Stadt doch, jetzt geht's los das gut dieses Mal sterben jetzt nicht wieder alle an der Leiter das wäre fein wir haben gleich am Anfang schon unsere ganze Medikis aufgebraucht wer sind da hinten nach das äh, Foxy ja ich räum schon mal auf falls du denn hier ein Schatzverfahren sind definitiv los ist ja ich räum schon auf, guck alles sind leer da oh shit alles sind leer da Foxy ist unser Tank die ultimative Säure kommt hier so viel zum Thema oh das ist ja alles leer ja der kommt von der Dach runter ah, der ist schon wieder so alt verrückt mit Irren ich geh schon mal holen dann heil ich mich mal da wiii ich brauche hier mein bisschen schweres Gerät eigentlich sonst haben wir hier nicht hier ich glaub das ist zu teuer oh, Katana geil ich weiß gar nicht warum mein Molotow Cocktail eigentlich ein Löwenbräu ist Löwenbräu? original, keine Ahnung wie so ein Bier bei mir ist Jägermeister das kannst du wegwerfen der wahrsten Sinne des Wortes ich geb dir einen Tipp den Jägermeister das schmeckt so widerlich dann kannst du gleich unter Berg trinken oh wer? jetzt so dort Mann ach hm das ist mehr so, wobei das ist mehr so Art Art Abfüllmittel also ein Abfüll, ne? ja, das ist wirklich wie so ein Apfüllmittel, Mann ach, da sprich dir mal aus Erfahrung ja, ich hab schon mal hier gemeinsam getrun schmeckt voll scheiße wie gibt's Waffen? benutze ich eine Herkunft in 10 Stunden wow ja, ich hab den Port zugemacht ha 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 echt jetzt? wieso? wieso? wir sind mal um die Etage und auf einmal hat Luis mich darunter geschockt jaja ist einfach falsch gegangen komm schon, keine Bange ich hab dich, hoch mit dir wieso? wie ist der erste Geruchtsstand Luis da? kck, sieh Ich nehm' ne Rohrbombe. Hier gibt's ne Rohrbombe. Wir sind halt. Boomer! Fuck, 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 fuck. Warum greifen die die fucking Tür an? Das wird oft zerstören. Okay, jetzt hab ich die Tür zerstört. Aber. Wer den Molli gebrochen? Was? Ich weiß, wie die Molli gebrochen. Verbrecher. Ja. Fuck, was ist denn da vor? Hilfe! 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 Hör auf mit Rohmfleisch zu werfen! Übernehm' ich nicht! Was? Du machst mal, dass Luis. Was machst du für eine komische Bewegung? Die liegen wachen rum. Alter, Luis, der soll mich heilen. Wo ist der Spaß? Ja, er kommt hoch zu mir. Er will mich heilen. Ja. Heil mich. Heil mich, du Beppo. Heil mich, du scheiß Baui, Mann. Du mit deinem hesslichen Gebiss sei mein Gesicht gepackt, Alter. So, das war büssig. Wauw! Oh, Hucchi! Wo kommt du denn her? Hucchi! Du siehst du,mate-klar so sehr teuer! Ich hab' erst gerade überlegt, oh nicht. Ich hab' das gerade überlegt, oh. Ja, Mann. auch ich habe das gehört aber kein dem Verloren doch 30 ne? was ist da los? Shoot and run! Shoot and run! der ist Heli und da nein wann kommt der fuck Heli? ja in 10 Minuten Mann! komm schon Mistkerle lass los erstmal in ruhe kann mich nicht bewegen das ist Aslan ich glaube ich werde das nicht mehr leben wenn du den Heli siehst dann renn dahin Aslan ja ok du deckst mich dann ach Foxy das fand ich mit dem flächeln hier auch richtig geil hab dann immer den Heli wie bei Grand Sioburg zum Beispiel ja da habe ich den Heli immer in den Dwarven ich bin einfach hin gerannt weil es einfach ich bin extra hin gerannt Gender mh da ach du scheiße ach du scheiße da kommt was groes hinter mir Ui, Ferdinand! PRESTAS! Prozent die Schlauze und eine Schläfe das ist ja ein weiter Nein! Geh auf den Weg weiter! Einfach weiter! Einfach weiter! Wo ist du ist? Du Spaß! Komm! Rette mich! Oh! Ja! 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 Ich glaube bevor der Jockey mir noch auf dich rumgesprungen hätte, den ich aus dem Helikopter gespuckt habe. Der Splitter hat ihn in den Heli gespuckt, Mann! Ein guter Tier. Dink-Lewis getötetet haben einer. So das Vorschein kommt so eine Charger und gestürzt hier einfach durch die beiden Seiten wieder rausfällt. Ghost of Chris with presence. So wie Decker Lewis Mox wie sagt und Seth Thillard. No mercy! No mercy! Überlebende Lewis! Versturm! 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 Moxie als Francis! Oh Mann! Spielestatistik! Gesamte Kampagne! Eine Stunde! Acht Minuten! Todesfälle! Vier von Thillard! Da da da! Außer Gefecht! 10! Ich 10 Mal! Oh! Verband! Zeug 17! Schmerzwittel! Ich 1! Adrenalin! Oh! Thillard! Defibrillatoren! Gab's gar keine Rohrbomben! Zu viele! Molotov! Zu viele! Peter mit Galle haben wir gar nicht benutzt! Nahkampfkiss hab ich am meisten! Gestürter Hunter ich am meisten! Boomer! Oh Foxy! Und ich sind auf einer lane! Smoker! Ich! Charger! Louis! Jockey ist ich! Spitter ich! Ha! Gehtört Gehr McCoy? gefibst du dich? Memmi Schaden an Litten! Oooh... Louis! Ich... Jajaja... Die woА gosto am meisten gestört natürlich ich. crag enhancesamte übrigens die meistens enfin zu der Elev stove Filantrik! Kopfschöpfe Verwiebelnville забift und 1977ross als so mit dorn bei dieser Filmproduktion verletzt! Und ich hab die so leise, ich keine Ahnung, ich hab die so leise Also wollen wir noch weiter machen oder warst du es dann? Okay, dann spiel ich jetzt an ARK Gut, dann bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal, meine Friends und Sun Bros Ihr wisst, was es heißt, also tschau